Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ja, ich auch. Genau, sag uns, was ist sie jetzt? Genau. Oh, Iwona geht wieder. Du hast nicht viel geschlafen in letzter Zeit, oder? Nein. Hast du zu viel direkt? Hast du zu viel direkt? Ja. Achso, ja gut. Seid nicht. So, äh, dann würde ich auch mal bitten, Sabine und Lucy, mal kurz Pause. Karo, Iwona, kurz zusammen. Ja, super. Jetzt können wir mal ehrlich, ich kann ein Lipkin machen. Super. Mal Lipkin-Gerder. Karo, Iwona. Also, von der Kurve. Wir gucken, weil er hat einen kurzen Rock an, ne? Sag mal da hinten. Hallo. Er hat einen kurzen Rock an, ne? Ja. Da ist ein bisschen schlecht. Wieso, wenn der nicht von vorne ist? Ich guck weg. Ist ja, was an der Seite? Bei der Seite, ja, aber da sieht man ja nichts. Was wollt ihr machen? Äh... Man sieht, der Rock ist sehr groß. Äh, du hast noch eine Hose dabei, ne? Ja, was? Ja, ich ziehe schon in die Hose an. Ja, ich ziehe eine Hose an. Bei der Kamera. Die Kamera ist von unten. Oh, ich schick. Die ist schick. Wollt ihr die nicht anziehen? Doch. Die ist schick. 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 Ja, ich bin bereit. Ich bin bereit. Warte, warte, nicht so schnell, ja? Ich bin aber schwer. Ach, ich bin nicht. Ich habe 100 Kilo voraufgucken. Ne, doch. Ja, ich bin bereit. Ja, ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ja, wirklich. Ah, schön. Wie gut, ne? Ja, wunderbar. Kannst du das Bein aufstehen? Ja, kannst du das Bein aufstehen? Ja, kannst du das Bein aufstehen. So? Ja. Ja. Genau. Ja. Fertig? Nein. Hallo? Jetzt bin ich fertig. So. Und jetzt anders rum. Ja. Spass. 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 Uhuhuhuhu. Ungefangen. Ja. Jetzt kannst du rücken. Was? Ja. Ja. Wie geht's, ey? Guckt in die Kamera. Ihr seid gut drauf. Jawoll. Ich bin sehr. Schreckt die beiden Beine auf von mir aus. Jawoll. Und guckt in die Kamera. Dann guckt in die Kamera. Ich mach ein bisschen gerade noch hinten, ja? Ja. Wunderbar. Ja. Jawoll. Yeah. Peace. Okay. Danke.